Das macht Apple mit deinem Geld. Apple hat neben seinen iPhones und Softwareprogrammen eine kleine, aber feine, nennen wir es Zusatz-Einkommensquelle, die von Brancheninsidern seit längerer Zeit mit den Praktiken eines Hedgefonds verglichen wird. Was Apple übrigens zu einem der größten Hedgefonds der Welt machen würde. Dem Konzern gehört eine Tochterfirma, die bei uns niemand kennt. Brayburn Capital. Brayburn ist ja eigentlich eine besonders süße Apfelsorte. Und süße Renditen erntet man auch bei Brayburn Capital. Was man weiß, die Firma verwaltet und investiert die Umsätze aus Apples Tagesgeschäft. Der Wert? Wahrscheinlich mehr als 50 Milliarden Dollar. Während ein echter Hedgefonds seine Anleger über die Geschäftspraktiken informieren muss, kann Apple über die Köpfe der Käufer hinweg seine Einnahmen einfach weiter investieren. Du denkst also, du kaufst einfach irgendwie ein iPhone, aber nö. Dann investierst du jetzt eigentlich in einen Haufen Finanzanlagen, von denen du keinen Plan hast. Denn...